Kühe Kühe, Kühe 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 Schildkröter Kühe 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 Tod 3xp, 3xp Tod seist du, dem Tod seist du gewarnt Wo ich mach jetzt 13 Schaden, wow Also mehr als ich ich habe auch die besseren Waffen ginseng ginseng heißt das oder ginseng ginseng ist verschwunden oder bin ich einfach so langsam bist du irgendwo da ein bisschen links so Batman I'm Batman I'm Batman so hab ich irgendwas bekommen was mir hilft nö samt wenn ich schon wieder einmal wissen wissen folder thirk machen wollen wir uns eigentlich jetzt strennen oder wie und dann anderweitig fortfahren nein am ende der welt irgendwo wieder treffen also ich laufe jetzt einfach nur zum fest ja eigentlich ist es auch bohr aber du gehst ja immer wieder vor ich hole dich auch vielleicht 1 was sind das was sind das was sind das ja ich bin gerade in der höhle deswegen ich auch okay meine höhle ist schon wieder zu ende licht kommt wo cool eine open höhle mit drei ausgängen cool was sind das ein jörgeln tor bürgelt die nein so jetzt erst mal schlafen ich schlafe zu sagen hier bist du kommst ja ich werde noch eine runde mit einer zölten verbringen dörtel verbunden noch wird nach schildkröten sie ist erst nicht aufgehen sie ist das nicht sex mit einer schildkröte hat ditte siehst du denn das licht am horizont wo bist du dieses ding nicht sechs mit schildkröte kill da mag immer noch jünger ein frosch und eine schildkröte bin gerade ich bin bei dir da unten bist du ah band die in den hintern popp der in den hintern banditen man sieht echt gar nichts im dunkeln ja ist dir schon mal aufgefallen dass die nachtpart richtig kurz rennen ist mir nicht aufgefallen ich schaue andere videos und nein nicht von dir nein sondern mir ist das mal aufgefallen weil ich so geschaut habe nur mal wegen dem licht lol da ist ein battle siehst du die lichter siehst du mein licht ja ich sehe deine schüsse siehst du mich eigentlich jetzt nicht mehr und jetzt was ist denn da was mich angreift irgendwas ist beim mein peacock zugestoßen keine ahnung whatever plane runner hier ist ein plane runner ja das ist wahrscheinlich meine wie kommt man hier hoch auf die schüssen hoch hoch ne heule na hab ich mal angehüpfen so ich folge es dir einfach du naja du hast wahrscheinlich schon den richtigen trall mal ein züppchen essen ich bin hier gerade in einer alpaca herde jetzt nimmt sich wunder was ich da am ach nee scheiß lemon hier so irgendwas mein pico verabschiedet sich gleich wieder tut mir leid du bist gestorben für mich da hinten sehen wir einen da hinten sehen wir einen darkness in der dunkelheit ich sehe den immer noch tut mir leid ich sehe dich immer noch ha 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 er ist in der dunkelheit verschwunden glaubst du die dunkelheit hat ein ende was schicken auch machen wir eine Runde so da lang müssen wir genau die dunkle Map-Beratung das wir so hin müssen genau der ganze dunkel ist jetzt auch nicht bei mir ja aber ist ziemlich dunkler als sonst also ich finde die schon um einiges dunkler aber man kann immer noch was lesen ja das ist schon so man kann immer noch was erkennen aber naja relativ schwierig was zu erkennen wow 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 der fuck ich habe die ganze Zeit nach hinten geschaut bin dann gegen die Wand gelaufen und sag bloß jetzt hat das Quest gewechselt welche Quest gewechselt äh wo ist denn das Schwertzinn jetzt haben die jetzt haben die Quests gewechselt willst du mich eigentlich gerade verarschen weil jetzt 0 Uhr ist jetzt weg äh um 0 Uhr gewechselt und die Quests durch ach nö das heißt das heißt wir sind umsonst gelaufen wir könnten zwar jetzt die Katakomben hier machen trotzdem ok aber die würden halt nicht mehr ganz so viel XP geben ja aber jetzt sind wir eigentlich irgendwie ja umsonst hierhin gelatscht ja dann machen wir sie jetzt einfach jetzt ist ja Frage wo die äh jetzt ist die Frage wo der Eingang ist wo sind die Katakomben ich schlafe mal ein bisschen damit die Zeit schnell vergeht damit wir was sehen ja ja du fennst mal wieder ich bin ich schieb hier mal in meinen Cock äh ja vielleicht ist das ein komisches an ist es wohl auch jup und ich bin bald wieder Level Up was schon wieder ich brauch nur noch 44 XP ach ich brauch noch über 80 oder so ich soll levelst du so schnell eigentlich wieder keine Ahnung Cheat Engine ich hatte schon mal jemand gefragt weil ich level 151 war ob ich Cheat Engine benutze ok ich hab keine Ahnung von dem komm steh mal wieder auf Junge warte man sieht schon wieder etwas was ist ähm jetzt wieso gerade jetzt weil jetzt fast 2 Uhr war und was heißt das um 2 Uhr sieht man wieder was gescheit so jetzt ist jetzt müssen wir den Eingang finden irgendwo hier muss doch ein Eingang sein zu den scheiß Katakomben können wir das ein bisschen weiter unten sein oder ist es eher um fliegen wir ein bisschen rum ähm hier ist so eine Einbuchtung aber ein Eingang ist hier nicht leider 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 Gottes nein Eingang ist das hier auch nicht unten ist er also nicht so warte vielleicht ist er hier irgendwo an der Seite am Fluss irgendwo ach und irisch oder was nein ich mein am Fluss ob da irgendwo was ist also ich denke es ist unterirdisch die Frage ist halt wo der Eingang ist so weit unten oh man so ein Radius ist wirklich ja das ist immer die Frage ich weiß ich hab halt nur Plan wo die wo der Eingang ist hmmm dumm 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 das ist einfach nicht da wo wir suchen auch wir sind so dämlich was ich hab's gefunden ganz oben ganz oben müssen ich verarschen ist dann komm ich Blizzard-Männer zu. War das kein... Warum kamen wir so spät erst? Äh, wo ist der Eingang? Lol. Skeletons sind übelstark. Ja, ist so. Im Gegensatz zu Undeads sind... Vorsicht, lauf nicht in die Stacheln rein. Ich heil mich mal und dann, äh, dich oder umgekehrt, whatever. Ah, ich hab auch noch 1xB bekommen. Aber hier bekommt man ziemlich viele, ähm, was soll man sagen? Items. Genau, Items. Items. Oh, ist echt dunkel hier. Junge, Junge, Junge. Hä? Ach, so ein Untoter ist hier. Komm mal zu dir hoch. Ja, äh, ich bin irgendwo anders. Ich bin ja draußen. Wer war der Eingang jetzt? Äh, äh... Ähm, da. Ich bin's blöde, wo ist der Eingang wieder? Ich bin's blöde, du tust nicht nur so. Was? Ich bin's blöde, finde ich nicht. Ähm, komm einfach zu mir und dann über den Berg drüber. Ja. Okay, du bist, äh, äh... Du siehst mich, oder? Auf der Map. Ja. Ich war halt auf der Map. Der Map folgen, der Map folgen. Du bist so wie deinem ganz anderen Ort. Genau, genau. Dreh dich um. Dreh dich einmal um. So. Ne. Da ist doch der Eingang. Blindfisch. Bin ich jetzt blöde? Alter. Oh. Äh? Bist du wirklich so doof? Aha. Hm. Böde. Oh. Äh? Bist du wirklich so doof? Aha. Hm. Böde. Braucht dir jemand Heilung? Ja. Komm mal zur Treppe zu großen. Oder wo bist du genau da? Nee. Geh weg weg weg. Na. Seuf das Zeug nicht weg. So, jetzt kann es mal hier rumrennen. Und, äh, schnell Heilung, bitte, bitte. Cock, geh weg, Junge. Na ja, geht auch, okay. So. Ich hab ja genügend davon. So. So. Jetzt wir mal nie gemetzert. Muss man hier immer? Äh, du. Und dort der Magier. Und dort? Aber was machst du ja? Okay, dann machen wir jetzt in die andere Richtung. Ich glaube, in dem Danden komme ich nach Level ab. Ich glaube nicht, dass ich eins bekomme. Aber, hm, gut, ich bekomme. Wow. Hier sind die grüne Laterne. Sie haben zu mitnehmen. Mit E, glaube ich. Hm. Oder, ne, nicht mal. Ja. Oh, verdammt, die sind ja undrote. Lauf am besten nie so die Treppen hoch einfach. Du musst immer gucken. Ja, hab ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Ja, hab ich mir jetzt gar nicht gemerkt.